Heute beim Elektrischen Reporter Öffentliches, Städtisches und Musikrechtliches. Elektrische Reporter Ich habe sie erwartet. Das Forum Romanum, der römische Marktplatz, war im alten Rom das Zentrum des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Im 21. Jahrhundert ist Facebook auf dem besten Wege, eine ähnliche Position einzunehmen. Ob allerdings ein börsennotiertes Unternehmen der richtige Anbieter für solch ein Forum sein kann? Dieser Frage geht unser erster Beitrag nach. Ein Hackerspace in Berlin-Moabit. Hier arbeiten Daniel und seine Kollegen von der Initiative Unlike Us an dem sozialen Netzwerk der Zukunft. Für sie geht es um die Frage, wer organisiert den öffentlichen Raum im Internet? Die Hacker sehen sich vom Machtzuwachs der großen Konzerne bedroht und fordern alternative Plattformen für den öffentlichen Austausch im Netz. Also momentan haben wir das Problem, dass gerade die großen Netzwerke wie Facebook und Google Plus oder Twitter von großen Konzernen betrieben werden. Und halt da mehr oder weniger Monopolstellungen entstehen und Abhängigkeitsverhältnisse. Das heißt, ich kann unilateral ausgeschlossen werden und das ist schlecht. Wer von Facebook oder Twitter ausgeschlossen wird, wird von einem immer größer werdenden Teil einer neuen Öffentlichkeit abgeschnitten. Dabei sind soziale Netzwerke für die Meinungsbildung in einigen Altersschichten mittlerweile wichtiger als Zeitungen. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Höppner beobachtet insbesondere bei jüngeren Generationen einen radikalen Autoritätsverlust dieser traditionellen Welterklärer. Kein Wunder. Eine Facebook-Wall sieht aus wie ein endloser Comic. Dort konkurriert die sorgfältig recherchierte Auslandsreportage mit Katzen-Content und Babyfotos. Zeitungen tauchen auf, wenn ein Link in ihrer Facebook-Timeline aus einer Zeitung stammt. Und dazu kommen ganz viele neue Arten, sich zu äußern, auch über Blogs, über Twitter. Und das verändert schon ganz entscheidend die Art und Weise, wie politische Meinungen zustande kommen für eine bestimmte Altersgruppe. Das Problem dabei? Facebook wird gerade nicht für die Organisation politischer Debatten unter Heranwachsenden bezahlt, sondern für die optimale Auswertung aller Nutzeraktivitäten zum Zwecke der Werbung. Und auch andere Netzwerke wie Twitter optimieren die Funktionen ihrer Plattform zur Steigerung der Werbeerlöse ständig. Doch wie der arabische Frühling zeigt, Revolutionäre, Freiheitskämpfer, aber auch Parteien und Verbände schert das wenig. Sie können oder wollen nicht auf diese öffentlichen Plätze im Netz verzichten. Denn nur dort erreichen sie eine große Anzahl von Menschen. Das ist vor allen Dingen auch für die entsprechenden Unternehmen ein Problem. Denn sie müssen einerseits Geld verdienen und kriegen andererseits auf einmal so einen Haufen gesellschaftlicher Aufgaben aufgedrückt, die sie sich gar nicht ausgesucht haben. Die Netzwerke müssen die gegenläufigen Interessen ihrer Nutzer und ihrer Werbekunden in Einklang bringen. Die einen wollen Datensicherheit und ungestörte Kommunikation mit Freunden, die anderen wollen Nutzerdaten und Aufmerksamkeit. Der Journalist und Autor John Kempfner befürchtet außerdem, je wichtiger das Netz als öffentliches Kommunikationsmedium wird, desto stärker versuchen Unternehmen und Staaten dort die Regeln zu bestimmen. Es gab während der Olympischen Sommerspiele große Aufregung bei uns in Großbritannien. Ein Journalist hatte sich sehr negativ über die Olympia-Berichterstattung des US-Senders NBC geäußert und plötzlich war sein Twitter-Account gesperrt. Es stellte sich heraus, dass das wohl mit der Partnerschaft zwischen NBC und Twitter zu tun hatte. Direkte Eingriffe wie dieser sind eher die Ausnahme. Die eigentliche Einflussnahme läuft ganz automatisch. Algorithmen bestimmen, was die Nutzer zu sehen bekommen und was im Datenstrom untergeht. Sie sind die Chefredakteure der neuen Öffentlichkeit. Die Grundlage ihrer Auswahl ist allerdings Firmengeheimnis. Die sind ja das Kapital, mit dem die Firmen arbeiten. Insofern wäre es, glaube ich, unrealistisch zu erwarten, Google legt jetzt seinen Suchalgorithmus offen. Was aber realistisch und vielleicht auch notwendig ist, ist, dass die Prinzipien transparenter werden, nach denen es funktioniert. Eine Position, die auch der Ägypter Ayman Salah teilt. Der Journalist und Programmierer hat Aktivisten im arabischen Frühling unterstützt, die Kommunikationswege über das Internet offen zu halten, als die Regierung das Netz abschalten wollte. Er weiß, was es bedeutet, auf einmal nicht mehr kommunizieren zu können und warnt deshalb vor zu großen Abhängigkeiten. Tatsache ist doch, wir wissen nicht, wie Facebook funktioniert. Ich meine, wer steuert es? Bleiben die Inhalte, die wir dort hochladen, wirklich immer abrufbar? Es handelt sich hier um eine Firma mit Sitz in den USA und wir kennen deren Interessen nicht, aber wir sollten sie kennen. Derzeit ist Facebook zwar noch ein guter Ort, um Öffentlichkeit herzustellen, aber wenn man wirklich Cyberaktivismus betreiben will, sollte man seine eigene Plattform haben. Hier würde ich ein Open-Source-Modell vorziehen, denn dann gibt es keine Probleme mit Nutzungsbedingungen und dergleichen. Und wenn man die Plattform ausbauen möchte, kann man das so machen, wie man es selbst für richtig hält. Daniel und seine Kollegen arbeiten an einer solchen Lösung. Sie vertrauen beim Design ihres Facebook-Konkurrenten nicht auf Algorithmen. Ihre Herangehensweise mutet fast schon altmodisch an. Die Nutzer dürfen selbst entscheiden. Da ist unser Ansatz, es den Nutzern halt zu ermöglichen, zu sagen, okay, ich möchte jetzt von meinem Kumpel XY das Newsfeed höher priorisiert haben, zum Beispiel, weil ich weiß, der schickt immer gute Artikel. Dass sie es nicht schaffen werden, Facebook die Marktführerschaft streitig zu machen, ist den Initiatoren von Unlike Us klar. Aber sie können Alternativen aufzeigen und die Gefahren von Monopolen deutlich machen. Kommen wir nun vom öffentlichen Forum zur städtischen Reklame. Um eine Stadt im Rheinland, um eine Werbeagentur und um eine vermeintlich gute Idee. Darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Markus Letzhaun. Ich arbeite als Hausmeister, Blumengießer, Geschäftsführer und Konzeptioner für die Onlineagentur Blanko in Düsseldorf. Vor ein paar Tagen war das ganz interessant. Da stellte die Landeshauptstadt Düsseldorf ihr neues Markenzeichen vor. Und man sah das so auf Twitter, auf Facebook. Es gab so ein paar ganz nette Kommentare. Sehr lustig war dann halt, dass es nach einem halben Tag, nach einem Tag sind auf einmal, ich glaube, 1500 Markenexperten. Also eins, zwei, drei, vier, unendlich viele sind da irgendwie in die Luft geschossen und haben einen riesen Theater gemacht. Weil die haben das Zeichen in dieser Art, haben die das schon mal gesehen gehabt. Unglaublich. Und bei diesem Orkan im Altbierglas, also wo diese ganzen Experten eine Riesenwelle machten, dass es dieses Zeichen schon mal gab. Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen, die fanden das Zeichen halt alle klasse. Das ist doch schön, das sieht doch wunderbar aus. Wir haben dann halt mal ein bisschen nachgeschaut im Netz und fanden dann halt nach zehn Minuten, fanden wir dann halt diesen kleinen Online-Shop in Dubrovnik. Haben da angerufen und haben diese T-Shirts bestellt, weil ich glaube wirklich, dieses Zeichen ist schön. Die Leute lieben eigentlich dieses Markenzeichen, diese ganzen Experten. Das interessiert letztendlich überhaupt niemanden. Und deswegen haben wir diese T-Shirts für die Verlosung dort bestellt. Es handelt sich hier um eine Umdeutung von einem Zeichen und tatsächlich diese Umdeutung vorzunehmen. Das finde ich eine wunderbare, ganz normale Leistung. Ob man jetzt unbedingt mit der Agentur, die das vorgeschlagen hat, ob man jetzt unbedingt mit der tauschen möchte, also weil bei einem Auftrag für 150.000 Euro wird so kolportiert die Budgetsumme, da gibt es natürlich auch Recherchepflichten. Das kann ich jetzt als Externe nicht beurteilen, aber die Vorgehensweise scheint zumindest gewagt zu sein, dass man halt ein Allerweltszeichen nimmt, das umdeutet und dann nachher völlig überrascht ist, wenn das irgendwelche anderen T-Shirt-Shops aus Dubrovnik, wenn die das schon mal verwendet haben. Die Frage ist, was ist denn an dieser ganzen Aufregung, was ist denn da jetzt wirklich dran gewesen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind ein Haufen Selbstdarsteller, die dann zu so einem Thema, was halt einfach eine Stadt irgendwie entwickelt, die da halt auch eine Meinung entwickeln. Und ganz ehrlich, so völlig frei sind wir als Agentur auch nicht von dieser Motivation. Natürlich haben wir einfach geschaut mit dieser T-Shirt-Verlosung, dass wir da halt wenigstens noch irgendwie einen lustigen Scherz draus machen können. Wir bleiben bei den Institutionen. Von der digitalen Revolution sind zahllose Branchen, Wirtschaftszweige und Kultursektoren betroffen und niemandem fällt der Wandel wirklich leicht. Am allerschwersten damit in digitalen Zeiten anzukommen, tut sich die GEMA, sagen viele Kritiker, wie unser nächster Beitrag zeigt. Eigentlich ist die GEMA eine prima Erfindung. Sie sammelt Geld ein, beispielsweise bei Radiosendern, auf Konzerten oder in Diskotheken und reicht dieses Geld dann an Komponisten und Textdichter weiter, sofern diese Mitglieder bei der GEMA sind. Gäbe es keine Institution wie die GEMA, müssten die Künstler diese Gelder selber eintreiben und kämen wohl kaum noch dazu, Musik zu machen. Doch immer mehr Musiker sind immer unzufriedener mit der GEMA. Lediglich die 3.400 erfolgreichsten Mitglieder hätten etwas zu sagen. Oder deren Erben, beschweren sich viele der insgesamt 65.000 GEMA-Mitglieder. Und eine kräftige Tariferhöhung bringt Clubs und Diskotheken demnächst in Existenznöte, beklagen sich die Betreiber. Viele Musiker wollen daher mit der GEMA nichts mehr zu tun haben. Und ich sträube mich dagegen, jemandem meine Musik in die Hände zu geben, der seine Macht gegen Musiknutzern sozusagen dermaßen arrogant und gewissenlos ausnutzt wie die GEMA derzeit. Der größte Vorwurf lautet, die GEMA sei bis heute nicht im Internetzeitalter angekommen und bevormunde ihre Mitglieder, statt sie im Netz zu unterstützen. Was die GEMA bis heute nicht wirklich geschafft hat, ist, den ganzen Bereich alternativer Vertriebswege so einzubauen in ihre Strukturen, dass sie für Künstler nutzbar sind, die noch nicht groß etabliert sind. Also gerade für die, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die möchten Dinge ausprobieren im Netz, wo ihnen die GEMA dann regelmäßig im Weg steht. Wer beispielsweise ein paar seiner Songs unter freie Lizenzen stellen will, um sie als Eigenreklame kostenlos im Netz zu vertreiben, für den hat die GEMA einzig eine ziemlich radikale Lösung parat. Sie können selbstverständlich im Rahmen des GEMA-Berechtigungsvertrags die Online-Rechte aus der GEMA herauslösen und Creative Commons übertragen. Zu deutsch, alles oder nichts. Entweder die Künstler verzichten im Online-Bereich auf eine Zusammenarbeit mit der GEMA und dann auch auf die damit verbundenen Einnahmen, oder sie bleiben in den starken Armen der GEMA und geben keine einzelnen Songs im Internet frei. Und diese Option ist für immer mehr Musiker keine. Ich würde mir somit die ganzen viralen Chancen nehmen, um mich eben als Künstlerin aufzustellen und zu kommunizieren. Das ist einer der großen Gründe, warum ich mit der GEMA im Moment keine Zusammenarbeit sehe. Unter dem kryptischen Kürzel C3S plant eine Handvoll Musiker daher eine eigene Verwertungsgesellschaft. Diese gegen GEMA soll demokratischer agieren, sie soll ihren Mitgliedern den Umgang mit freien Lizenzen erleichtern und sie soll nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa wirken. Fachleute zeigten sich zunächst skeptisch. Und inzwischen ist aber so viel Arbeit und so viel Expertise auch in diesen neuen Ansatz geflossen und die Rückmeldung aus der Gruppe der Künstler, die Resonanz ist so groß, dass ich glaube, dass es klappen kann. Auch bei der GEMA selbst ist man hellhörig geworden. Das bedeutet ja, dass wir bestimmte Wünsche, die diese Mitglieder an uns, an die GEMA haben, nicht beantworten. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Was zunächst nur nach einer kleinen Konkurrenz klingt, könnte große Folgen haben für die GEMA. Momentan müssen nämlich alle Clubs, Diskotheken und Konzertveranstalter Gebühren an die GEMA zahlen, selbst wenn sie ausschließlich Musik unter freien Lizenzen spielen, für die die GEMA gar nicht zuständig ist. GEMA-Vermutung nennt sich dieses Prinzip. Und mit dieser Selbstverständlichkeit könnte Schluss sein, beim Auftauchen einer zweiten Verwertungsgesellschaft. Die GEMA-Vermutung wurde ja, zumindest für den Bereich der öffentlichen Aufführung, auf der Basis geschaffen, dass die GEMA vermeintlich einen 100-Prozent-Anteil am Weltrepertoire hat. Wenn jetzt nachgewiesen würde, dass dieses Weltrepertoire bröckelt, das ist substanziell bröckelt, dann ist das eine Möglichkeit, die ich nicht ausschließen kann. Das hört sich nach einer juristischen Fußnote an, könnte die GEMA jedoch in ernste Schwierigkeiten bringen, da die sogenannte GEMA-Vermutung ... Ein essentieller Bestandteil der Arbeit der GEMA ist, die die Kosten für die GEMA im Rahmen hält. Ohne die GEMA-Vermutung wäre die GEMA kaum finanziell zu betreiben. Es ist noch ein weiter Weg, den die C3S vor sich hat. Mitglieder wollen gewonnen und Strukturen entwickelt werden. Und eine offizielle Lizenz vom Deutschen Patentamt ist auch noch erforderlich. Doch wenn die Initiatoren durchhalten, könnte schon bald Schluss sein mit dem Musikmonopol der GEMA. Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Schutzmauern und die anderen Windmühlen. Sagt ein chinesisches Sprichwort. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Vektorischer Reporter if der Wind am Ende